Hallo Freunde, FC Motor TV, heute mit der Ergänzung zu unserer letzten Folge, in der es um die Norm 17092 ging. Wie immer, mehr dazu gleich nach dem Countdown. Heute soll es nochmal um die Protektoren gehen, denn wir haben ja in der Vergangenheit schon mal Folgen gehabt, in denen wir uns mit den Protektoren auch beschäftigt haben. Die sind dann übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich muss ganz offen sagen, ich bin allerdings auch vom Kundendienst mehrmals darauf angesprochen worden, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen klarzustellen. Denn da gehen tatsächlich täglich Anrufe ein, die einfach mit Level 1 und Level 2, die das nicht richtig zuordnen können. Und das wollen wir heute einfach mal mit dieser Folge beheben. Bevor wir was zu den Unterschieden Level 1, Level 2 sagen, vielleicht noch ein paar Worte zu den einzelnen Normen. Denn wie alles und jedes hier in Europa sind auch die Protektoren einer Norm unterworfen, die im Übrigen in dieser 17092 nicht drin enthalten sind. Da wird nur über einen Protektorenanzug gesprochen, aber die Protektoren selber sind nicht Inhalt dieser Norm. Die Norm, die wir uns unterhalten bei den Protektoren, ist 1621. Und dann kommt noch eine Spezifizierung dahinter, die da ist 1. Protektoren, die für Gelenke zuständig sind. Also ich wiederhole mich da gerne. Schulter, Ellbogen, Hüfte und Knie. Dann haben wir 1621-2, beschäftigt sich ausschließlich mit Rückenprotektoren. Die Norm 3, also 1621-3, hat zum Inhalt Brust- und Bauchprotektion. Und schließlich und endlich die 1621-4, die sich jetzt mit den Airbag-Westen befasst. In der Benennung dieser unterschiedlichen Protektorenbezeichnungen liegt auch das Missverständnis begründet. Denn viele, viele Kunden rufen an, und das war auch der Grund, weshalb ich angesprochen worden bin, und meinen dann, dass 1621-1 ein Level 1 Protektor sei und Strich 2 entsprechend Level 2. Das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr anhand einer Beschreibung, in einer Produktbeschreibung seht, 1621-2 Level 2, dann heißt das, dass das der bessere Protektor ist bei den Rückenprotektoren. Und was das jetzt im Einzelnen bedeutet, sowohl beim Rücken- als auch beim Gelenkprotektor, das würde ich jetzt in den folgenden Minuten kurz erklären. Fangen wir einfach mal an mit den 1621-1, also den Gelenkprotektoren. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ausführungen und Level 1 würde bedeuten, dass die Versuchsanordnung grob ist. Ich habe einen Fallkörper, der ist 5 Kilo schwer und der fällt aus einer Höhe von einem Meter auf den Prüfkörper und dann wird die durchschlagende Restenergiemenge gemessen. Und die maximale Energie, die dann noch durchschlagen kann, betrüge 35 Kilo Newton. Das ist relativ viel, wie ich auch schon mal in einer früheren Folge gesagt habe. Damit ein Level 2 Protektor sich auch so nennen darf, wäre da die Restenergiemenge 20 Kilo Newton. Auch wenn bedeuten würde, dass 35 Kilo Newton durchaus auch nochmal einen Knochen zum Brechen bringen kann, ist es ja so, dass die Knauschzone des Motorradfahrers im Gegensatz zum Auto ja quasi nur dieses kleine Teil oder diese kleinen Teile sind. Das heißt also unterm Strich, dass man versuchen sollte, diese Maximalverletzungen zu vermeiden. Und ich sagte auch das schon mal, aus einem Trümmerbruch würde durch die Benutzung eines vernünftigen Protektors durchaus dann ein glatter Bruch werden. Also die Unfallfolgen werden schon minimiert, wenn auch nicht komplett verhindert. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu den Gelenkprotektoren. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, je nachdem, wer dann der Träger ist. Die gibt es dann auch in unterschiedlichen Ausführungen. Mein persönlicher Favorit ist immer diese, ja ich nenne das jetzt mal Melange aus einem Hartschalenprotektor und einem Viskoseschaumprotektor. Das ist jetzt ein reiner Viskoseschaumprotektor. Das ist auch ein bisschen so eine Grundsatzdebatte. Ich persönlich denke mal, wenn ich einen Schalenprotektor habe, wird da die eintreffende Energie auf eine große Fläche verteilt. Und die durchkommenden Energiespitzen, die gehen dann in den Viskoseschaum rein. Halte ich für sehr sinnvoll, vor allen Dingen am Ellbogen. Wobei ja auch Ellbogen und Knie wesentlich besser zu schützen sind, als zum Beispiel das Schultergelenk. Einfach weil es halt Klappgelenke oder Jarniergelenke sind, während das Schulter- und Hüftgelenk ja ein Kugelgelenk ist. Heißt also unterm Strich, dass auch da es einige Dinge gibt, die mich ein bisschen zweifeln lassen. Denn ein Protektor, wie zum Beispiel den, den ich jetzt in der Hand habe, das ist jetzt von Sastec ein Teil, der sowohl freigegeben ist als Ellbogenprotektor, als auch als Schulterprotektor. Das scheint mir nicht die optimale Lösung zu sein. Denn beim Ellbogen, wenn ich den schaffe, auch ein Stück weit den Unterarm abzudecken, ist das ja eher ein Benefit, wenn das bei dem hier so gut wie gar nicht funktioniert. Also von daher solltet ihr schauen, und das beinhaltet auch gleich den Rückenprotektor, über den wir sprechen, dass einfach eine Abdeckung perfekt ist. Das heißt, es kommt auf einen hervorragenden Sitz an, dass da nichts verrutschen kann. Auf die perfekte Abdeckung. Ein 1,95-Kerl wird auf jeden Fall ein oder zwei Elemente mehr bei einem Gliederprotektor für den Rücken benötigen, als, das ist mein Standardbeispiel, das 1,60-Mädel. Von daher, dass ein Protektor vernünftig sitzt, ist eher sogar, oder ist sogar noch wichtiger, als dass ein Protektor Level 2 hätte. Also ich wage einfach mal die Prognose, ein Level 1 Protektor, der perfekt sitzt, wirkt besser als ein wesentlich besserer Level 2 Protektor, der verrutschen könnte. Beim Rückenprotektor sieht das alles ein Ticken anders aus, denn das, was geschützt werden soll, also komplett die Wirbelsäule, ist ja doch deutlich gefährdeter, auch von den Folgen, die stattfinden könnten, als denn halt ein vermeintlich besser heilendes Gelenk. Das heißt, da sind die Grenzwerte drastisch reduziert. Sprach ich eben von 35-20 KiloNewton, sind es für den Level 1 Rückenprotektor 18 KiloNewton und für den Level 2 Rückenprotektor 9 KiloNewton. Das ist also natürlich deutlich weniger, als das, was bei den Gelenkprotektoren angefordert wird. Zum Zweiten ist es so, dass das, was ich eigentlich auch für mich persönlich bei den Gelenkprotektoren als vernünftig ansehe, das ist bei den Rückenprotektoren oft Standard. Das, was ich also eben meinte, eine Schalenprotektion, die hinterlegt ist mit einem Viskoseschaum. Das heißt, diese eintretende Energie wird vom Wirbelkörper abgeleitet, durchaus auch eingeleitet in die Weichteile neben der Wirbelsäule, aber der Wirbelkörper selber ist weitestgehend geschützt. Wie gesagt, eine Freikarte bekommt er von mir nicht. Während es so ist, dass bei den Gelenkprotektoren, also 1621-1, oftmals Taschen vorgegeben sind, in die die Protektoren reingeschoben werden, ist es halt so, dass viele Anbieter ja bei den Kombis zum Beispiel oder auch bei der einen oder anderen Jacke gar keine Rückenprotektion verbauen, weil einfach dann der Wahl des Kunden nicht irgendwo vorgegriffen werden soll. Die möchten natürlich ihre eigenen Protektoren verkaufen, ist klar. Aber weil ja die Protektoren nicht zur Zertifizierung der unterschiedlichen Schutzklassen beiträgt, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, ist das natürlich auch kein Problem. Eine Jacke oder auch eine Lederkombi ohne Rückenprotektor, obwohl das eine sehr schützenswerte Region ist, entsprechend zertifizieren zu lassen. Also von daher solltet ihr so ein Ding natürlich immer anziehen. Und ich denke mal, dass es unstrittig ist, dass ein Wirbelsäulenschutz mit Abstand eines der wichtigsten Dinge ist. In dem Zusammenhang vielleicht noch zwei, drei Worte zum Rückenprotektor. Das ist jetzt ein, also 1621-2, ich muss mich da wiederholen, das ist jetzt ein Level 1 getesteter Protektor. Ihr habt gespeichert, 18 Kilo Newton Restkraft, die durchgehen kann, um ihn so zu zertifizieren. Der ist jetzt freigegeben, sowohl fürs Motorradfahren als auch fürs Skifahren, interessantes Detail am Rande. Aber ich habe einige Fragen bekommen, wieso denn bei dem ein oder anderen Airbag-Anbieter nur ein Level 1 Protektor angeboten wird, obwohl das eine extrem aufwendige und teure Airbag-Weste ist. Die Erklärung ist vielleicht, dass durch die Airbag-Weste brutal viel Energie aufgenommen wird. Ein Vielfaches dessen, was normalerweise ein Rückenprotektor verarbeiten kann. Und dann bemühen sich natürlich die Anbieter, diese Airbag-Weste im Normalzustand, im noch nicht ausgelösten Zustand, tragbar zu machen. Und dann ist natürlich ein Level 1 Protektor immer etwas angenehmer zu tragen als ein Level 2 Protektor. Kritik in dem Zusammenhang ist natürlich, es könnte ja theoretisch sein, dass zum Beispiel eine Airbag-Weste nicht auslöst. Wenn also dann eine Airbag-Weste aus was für einem Grund bei einem Unfall nicht auslöst, dann hättet ihr als Schutz ja nur den vermeintlichen, ja, nur Level 1 Protektor. Das wäre ein theoretischer Nachteil. Aber dass der ein oder andere Anbieter nur einen Level 1 Protektor bei seiner Airbag-Weste verbaut, ist erklärbar durch diese ansonsten sehr, sehr aufwendige Schutzfähigkeit dieser Weste. Aber das Problem mit der nicht auslösenden Weste, dann mit nur Level 1, kann ich auch leider nicht lösen. Ich wiederhole mich da gerne nochmal. Also gerade für die Leute, die jetzt frisch heute das erste Mal dabei sind, schaut euch nochmal die Folgen an, die bei uns in der Playlist sind. Wie gesagt, wir haben sie in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten ist es natürlich so, dass durch die Informationen in den alten Videos und jetzt im aktuellen Videos, ihr da schon einen relativ guten und großen Überblick über die Protektoren und die Protektoren-Güte-Klasse bekommt. Leute, heute kurz und knapp. Ich denke mal, ich bin einigermaßen auf den Punkt gekommen. Falls es gefallen hat, Daumen hoch und Abos immer gern gesehen und zu Risiken und Nebenwirkungen, fragt ihr bitte euren Arzt oder Abo. Ne, halt das. Ah, sorry. Es ging um die Kommentare. Das heißt, wenn Kommentare da sind, haut mich bitte in der Kommentarspalte damit zu. Das war's auch schon. Ich sag einfach nur von dieser Stelle Tschüss und Adios.